Liebe Gäste des Miniatur Wunderlandes, leider ist es schon wieder an der Zeit, sich von unserem Wunderland zu verabschieden. In der Hoffnung, dass Ihnen Ihr Aufenthalt bei uns gefallen hat, wünschen wir Ihnen einen schönen Abend und einen guten Heimweg. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und auf Wiedersehen. Dies gilt natürlich nicht für die Gäste der A-Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.